Arthur Kreienbrink ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, welcher in der Saison 1978-79 still ein Länderspiel in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure absolviert hat. Von 1977 bis 1981 hat der Defensivspieler in der Fußball-Oberliga Nord für den HSV Bamberg-Gullenhorst 60 Spiele absolviert und sechs Tore erzielt. Laufbahn Arthur Kreienbrink kam zur Saison 1977-78 aus dem Hamburger Stadtteil Hamburg-Farmsen-Bern vom dortigen TUS-Bern zu den Blaugelben von Bamberg-Gullenhorst, welche ihre Verbandsspiele in der Amateure-Oberliga Nord austrugen. In seinem ersten Oberliga-Jahr 1977-78 belegte Buh unter Trainer Bernd Brehme und den Leistungsträgern Wolfgang Kampf Sigmund Malek Ulrich Schulz und Manfred Waag den fünften Rang. Der Neuzugang aus Bern hatte 30 Ligaspiele absolviert und vier Tore erzielt. Im zweiten Oberliga-Jahr mit Buh 1978-79 still ging es mit der Elf vom Wilhelm-Ruppert-Sportplatz an der Steils-Hoper-Straße in der Tabelle aber auf den Elfplatz zurück. Zwar kamen mit Trainer Sin Andreas Brehme und Joachim Filipkowski herausragende Talente neu ins Team, aber leistungsmäßig konnte der Weg an die Tabellenspitze nicht vollzogen werden. Kreienbrink kam auf 20 Einsätze mit zwei Toren. Da mit dem neu verantwortlichen DFB-Trainer Erich Rebeck für die Amateur-Nationalmannschaft des DFB eine neue Mannschaft zusammengestellt wurde, kamen auch mit Sigmund Malek und Arthur Kreienbrink zwei Spieler von Buh in den Kreis der DFB-Amateure. Der DFB hatte sich vom Olympia-Amateur verabschiedet. Man bediente sich jetzt überwiegend aus dem Spielerangebot der regionalen Amateur-Ruppert-Ligen. Malek und Kreienbrink wurden für das Länderspiel am 8. November 1978 in Den Haag gegen die Amateure der Niederlande berufen. Kreienbrink bildete mit Wolfgang Wolf vom 1. FC Kaiserslautern bei der 0-2-Niederlage das Verteidigerpaar. Neben Verteidiger Wolf kamen mit Torhüter-Talent Eike Imel, Wolfgang Tapp, Thomas Alofs, Rainer Rühle und Ralf Werdusen letztmals noch junge Nachwuchsspieler aus der Bundesliga zum Einsatz. Beim nächsten Länderspiel, den 20. März 1979 in Schwenningen gegen Italien, gehörten diese Spieler dem Kader der DFB-Amateure nicht mehr an. Damit war das Kapitel Amateur-Nationalmannschaft für Kreienbrink beendet. Bei Buh war er noch bis zur Saison 1981 in der Oberliga Nord aktiv, kam aber nur noch sporadisch zum Einsatz. In den zwei Runden 1979 80. und 1981 81. liefer nur noch insgesamt in neun Ligaspielen auf. Sein letztes Pflichtspiel in der Oberliga Nord bestritt er am 10. Mai 1981 bei der 1-5-Heimniederlage gegen Eintracht Nordhorn. Unter Spielertrainer Ulrich Schulz stieg Buh massiv geschwächt durch den Weggang von Andreas Brehme, Sigmund Malek und Joachim Filipkowski im Sommer 1981 aus der Oberliga ab.